Also ich zeig dir eins, Sandro, ich habe schon viele Sachen gesehen und es ist auffällig, dass jedes Mal die Sachen, die ich gesehen habe, sich wiederholen von Leuten, die dementsprechend denken, dass sich Sachen nicht wiederholen und die halt dementsprechend sich vor mir verhalten, als wäre nichts gewesen. Und das ist halt das. Was ist das? Von den Leuten, wie die sich halt verhalten. Ja, wie verhalten die sich denn? Hast du mir gerade zugehört, was ich gezeigt habe? Achso, ja und was hast du dann so nach der Show gemacht? Also ich bin dann jetzt so teilgegangen, habe mich hingekriegt und geschlafen eigentlich. Ja. Also ich finde es bemerkenswert, wie uninteressant und lustlos deine Fragen gestellt sind. Also als würdest du dich eigentlich gar nicht für mich interessieren. Doch, natürlich interessiere ich mich für dich. Okay. Ich verzeihe die Fragen. Also ich bin ein bisschen aus der Übung, weil ich war nämlich nach dieser langen Show, habe ich drei Monate lang geschlafen, weil ich den Loan immer so hinterher gerannt bin und deine Füße gefilmt hatte. Vielleicht hast du ja auch drei Monate lang geschlafen. Wahnsinns-Speech. Ich habe geschlafen, ich habe mich ausgeruht und ich habe auch dementsprechend weitergekloppt. Kann ich dir mal Fragen stellen? Ja, gerne. Wie ist es dir ergangen nach der Tour? Mir ging es gut. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu realisieren... Um zu realisieren... Um zu realisieren was. Hast du auch gerade Hunger? Nee. Cool. Freut mich, dass es dir gut geht. Danke. Freut mich, dass wir wieder zusammen filmen. Geht.